Hallo zusammen, in diesem Video geht es um die orangefarbenen Gasschläuche von GOG, die es in verschiedenen Längen, mit verschiedenen Anschlüssen und für verschiedene Anwendungsbereiche gibt. Beispielsweise für Gasgrills, für Gasherde, aber auch für Flüssiggasanlagen auf Bodner oder in Caravans und Wohnmobilen. Und überall taucht die Frage auf, ob man den Gasschlauch tauschen muss und wenn ja, wann man ihn tauschen muss. Wir zeigen euch, wie ihr das herausfindet und welche Rolle dabei der gelbe Anhänger spielt. Vorneweg, bevor wir auf das Thema Austauschbristen zu sprechen kommen, solltet ihr während dem laufenden Betrieb oder bei der Dichtheitsprüfung feststellen, dass euer Schlauch undicht ist oder ziemlich verbraucht aussieht, dann tauscht den bitte sofort und wartet nicht darauf, dass die nächste Austauschfrist fällig wird. Auf jeden Fall vor nächster Benutzung der Flüssiggasanlage tauschen. So ein Schlauch hat in einer Flüssiggasanlage definitiv nichts mehr verloren. Für die unterschiedlichen Einsatzzwecke gibt es teils verschiedene vorgeschriebene Austauschfristen. Da als Endanwender den Überblick zu behalten, ist nicht immer ganz einfach, weshalb wir uns eine Hilfe für euch haben einfallen lassen. Die meisten Schlauchleitungen von GOG haben so einen gelben Anhänger. Auf dem gelben Anhänger findet ihr die einzelnen Anwendungsfelder, symbolisiert durch ein Piktogramm. Und unterhalb des Piktogramms steht das Ja, in dem der Schlauch spätestens ausgetauscht werden muss. Solltet ihr die Piktogramme nicht auf Anhieb zuordnen können, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link auf einen Beitrag in unserem GOG-Blog, der das Ganze nochmal genauer erklärt. Einige von euch werden sich nun fragen, was ist, wenn der Schlauchanhänger mal abreißt oder verloren geht? Auch da gibt es eine Lösung, denn auf jeder Schlauchleitung von GOG ist das Ja, der Herstellung abgedruckt, in dem Fall 2018. Die entsprechende Austauschfrist findet ihr in einem separaten Blogartikel, den wir in der Videobeschreibung verlinkt haben. Da hier zufälligerweise ein Gasgrill steht, machen wir das Ganze mal an dem Beispiel durch. Die technische Regel für den privaten Betrieb eines Gasgrills sagt, dass ihr Schlauchleitungen und Druckregler nach zehn Jahren tauschen müsst. Verantwortlich für den Tausch seid ihr als Betreiber. So, jetzt wisst ihr, worauf ihr beim Tausch eines Garschlauchs zu achten habt. Wir hoffen, dass wir euch weiterhelfen konnten, würden uns über ein Like oder das Abo unseres Kanals freuen. Vielen Dank!